Hallo und herzlich willkommen bei der neuen D-Schule-Seite auf Facebook. In Zukunft werde ich vermehrt auch lernreiche Videos machen, die immer ein bisschen amüsant sind. Es gibt dann unten Untertitel, damit ihr alles nachlesen könnt. Liked meine Seite, damit ihr keine Videos verpasst. Und ich freue mich auf euch. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020